SWAT! Hello again, meine Freunde! Vielen Dank, dass ihr euch eingeschaltet habt! Keller Neues, 190 oder... ...doppelte Revanche! Ich bin grad schon... Geh weg mit dem Scheißding! Dann macht ihr eine Experimente! Ja, Ladies! Das ist das Rückvideo hier! Oder die Revanche vielmehr! Ich hab ja gesagt, in dem letzten Video gegen Teezy, wo wir das um die Mausefalle gemacht haben, wenn ihr ordentlich reinzerberstet von Likes und Kommentaren, dann gibt's eine Revanche, aber diesmal doppelt! Heißt, verliere ich, muss ich mir zwei Mausefallen selber geben! Ist schon absolut weird! Verlieren die Jungs, um da ein bisschen Pfeffer reinzubringen, das eventuell doch beide erwischen kann, machen die Schnick-Schnack-Schnuck! Kann sein, dass einer beide bekommt oder abwechseln! Ich grau mich mit der Finger weg! Ich denke, das ist eine gute Lösung! Ihr wisst ja, schaffen beide keine 190, was sehr, sehr schwierig schon ist, kriegen beide die Bestrafung! Ansonsten der Verlierer! Würde mich selber eine positive Bewertung freuen! Checkt auf jeden Fall das Video bei den Teezy Jungs ab! Da habe ich mir was sehr Interessantes aufgenommen! Auch im Hinblick auf FIFA 23! Link ist unten drin in der Beschreibung! Wir gehen rein! Seid ihr bereit? Ja, ein bisschen bereit! Ich will nicht! Formation! Es ist doch... Wobei, die ist okay! Ja, die ist okay! Seid ihr im Job? Business aktuell? Up-to-date? Auch nicht mehr so, ne? Sag mal, im Stream bauen wir ja schon immer was, aber bei Hellspin lief es die letzten Tage und Wochen gar nicht so gut! Was nimmt man hier mit? Für eine Formation, wir hängen hier schon! Sagt mal gleich, nur eure Kapitänswahl! Ja! Ja! Ich weiß schon wieder, wo das hingeht hier! Wir sind noch gar nicht bei der Kapitän! Timo drückt noch hektisch in der Aufschläge rum! Ich bin in die Treuer! Ja, nehmen sie mit! Kapitänauswahl! Geben wir die durch, weil die Surfer da sind! Wir haben so ein Spielfeld ohne was lädt! Ja, perfekt! Ach du Scheiße! Nani, Insigne, Mares, André Silva, Ocampo! Alles Gold! Okay! Ja, bei mir ziehe ich, Suarez, Arnautovic, Morientes, aber der normale Hero und Rodriguez! Supertoll! Ich glaube, die haben auch wirklich keinen Bock mehr, dass jemand das Spiel noch spielt! Ey, jetzt, ich habe euer Maric bekommen! Ja, unsere zweite Auswahl sah jetzt auch besser aus! Die Auswahl kommt gerade! Ich muss halt erstmal schieben die Neymar, will ich den besseren haben! Will den besseren Neymar haben, gib mir den! Kann viel Brot nach Hause bringen! Ach du Scheiße! Ja, das ist schon wichtig! Ja, ja, ja! Ich hoffe halt, die Bank kleistert hier mal rein! Weil das ist ja bisher hier! Junge! Und es geht hier aus! Du darfst nur nicht nachlassen jetzt! Ich sehe mich so maximal bei der Eigenverstümmelung hier! Musst du, musst du, musst du! Zwei Stück sind hart! Ach Gott! Ja, bringt ja nichts anderes! Also es sah schon mal schlechter aus, aber geil ist das bei mir bisher auch nicht! Was, da Karten aber auch kommen! Na okay, dürfen wir uns nicht beschweren! Musst du schon fast, ne? Könnten wir den hin, aber nee, wir machen erstmal den noch! Den können wir noch rüberziehen im Notfall! Wichtig! Immerhin! So will ich mir die Chemie aber keine machen! Können wir ihn nicht machen! Können wir ihn nicht machen! Könnten aber halt auch uns da mit! Andernseide dran, aber... Halt mit dem hier könnte man halt auch zumachen, den Bums, ne? Mh, was anderes mit dem 91er, aber... Könnten wir halt auch noch irgendwie durchboxen! Boah! Versuch's mal, oder? Weiß ich nicht! Immerhin ne 91! Lieber Wittler! Muss, ja! Muss, muss, muss! Bei mir sieht's absolut abtörner aus! Ist egal, ne? Wie rumgegeben! Nimm der anderen Kollegen! Was ist das denn? Steht hier auch schon ganz gut! Die Seite könnte man sogar schon so... Können wir eigentlich unterschreiben, ne? Der ist auch schon mal gut, eigentlich! Weil da könnte man über die Seite nochmal rutschen und sprechen, ne? Ja, 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 da kann man nochmal Gespräch führen! Sehr gut! Sehr schön! Ich muss ja auch Rating reinkriegen, Alter! Was ist das denn? Nimm mal mit, ne? Ah, wir hätten auch den Bruder! Aber... Der muss ja auch das Rating, ne? Er bringt noch nix! Wie kriegen wir da noch irgendwas? Bei uns sieht's eigentlich gut aus, sag ich ehrlich! Nee, bei mir nicht wirklich! Ich werd aber auch hier IV nix mehr drabeln! Könnt's dem! Ja, der könnte man wohl! Gib mir nen scheiß Torwart aus der La Liga! Ach, wegen Ding! Das ist ja scheißegal mitbedacht! Why? Why you do this to me? Gut, gut, gut! Ich bin am Arsch! Können wir die abfahren? Ja, wir könnten die mal abfahren, die kommen nicht! Deine seid schon erst am Arsch! Ich bin am Arsch! Versucht die, komm hier mal, ob die irgendwelche Punkte gibt, hier gute! Sieht schon ganz geil aus, ne? Jetzt bin ich am Arsch! Aber wir haben halt immer viel Spielraum, ne? Es ist eigentlich nur die Seite noch! Könnten wir halt auch zur Not noch Salah und halt wieder den Innenverteidiger dann stellen, dann sind wir wieder ganz gut da! Aber wir gucken mal, wir gucken mal! Beste mit, ne? Franzose, komm mal! Ja! Ich hab dem am Ende noch was bringt, ey! Könntest du alles eins rüberschieben? Das ging sogar vielleicht, ne? Wie meinst du? Könntest dann... Ne, geht ja auch nicht! Ne, geht nicht! Ne, geht nicht! Ne, geht nicht! Ne mit, ne? Ne mit, ja! Welche Karten hast du noch, Steini? Bank... Acht Stück! Okay, ja ungefähr gleich! Äh... Torwart hat mich gebumst, ey! Könnten wir den halt mitnehmen rüber mit unserem anderen Innenverteidiger noch? Da bringt uns auch nix! Die muss ich vor... Können wir eigentlich auch nicht mehr auflösen, ne? Aber der hier... Also... Brasil... Falls wir noch einen Sarka oder so kriegen... Ja, ja... Soll jetzt aber den als Bäcker irgendwie Wasser mitnehmen? Ja... Stell vielleicht auch mal wieder... Soll ich mitnehmen? Ja, nehm mal mit! Stell vielleicht auch mal wieder Neve, Salah und Romero rein, dass wir mal sehen, wo wir auch aktuell stehen, ne? Weil so wirklich ist es ganz schwer! Das wollen wir mal... Das wollen wir mal... Scheiß linken Dings da wegkriegen, ne? Das wollen wir mal... Ah, aber uns fehlt noch... Boah... Ein, zwei Kerzen... Spanier... Oder England... Haben jetzt aber auch keinen Pass, nur für hinten, ne? Mhm... Oh, da können wir nix rutschen... Den können wir auch nicht gebrauchen... Wegen Dempsey... Dann haben wir Stirling, oder? Gibt ja uns aber was... Ich hätte ein Ziel, was ich hätte machen können, wenn Neymar mitnehmen... Ich hätte ein Ziel, was ich hätte machen können, wenn Neymar mitnehmen... Wenn ein IV Engländer kommt, dann werden wir halt durch... Ich hätte Neymar einfach nur mitnehmen müssen, ich Idiot... Einfach nur Neymie Neymar mitnehmen... Pfff... Scheiße, egal... Ich graue schon dazu mit Fingernägel, Mann... Der ist eigentlich perfekt... Fuck... Ja, wird halt auch Minus bringen... Und dann... Schneiderler hat ja auch Minus gebracht, ne? Warum aber wir? Ja, weil dann ja der Innenverteidiger... Jetzt hätte ich Christensen mitnehmen können! Scheiße! Stimmt... Aber du kannst ihn trotzdem mitnehmen... Oh, oder Rafinha... Mit unserem Brasilianer... Ja, da ist es... Erstmal für... Wird das... Gut gesehen noch... Ja... Gar nichts... Scheiße... Kann sein, dass ich absolut... Bei uns wird es hier auch ne ganz enge Hausnummer... Den kannst du jetzt mal mitnehmen... Und Störlinger... Ich weiß... Das reicht... Warte mal... Ich nehm den raus... Oh... Das ist gut... Der ohne Anna, oder? Ja, ja... Der ist gut... Probier was? Ja, wir versuchen es... Komm... Wahrscheinlich bringt es jetzt wieder genau dasselbe... Okay... Safe... Obwohl... Die Nathalie müsste eigentlich... Boxen... Also dasselbe... Ein Link... Aber es wäre immer nicht verkehrt die drin zu haben... Das gibt's doch nicht... Ich... Ich steh grad so auf den Scheißschlauch... Weil ich nicht weiß... Ob der mit Kante full wär... Oh... Kurze Test... Wenn wir P... Gehen nämlich dahin... Jetzt können wir eigentlich Diaby... Keine Ahne... Ich glaub es ist absolut scheiße... Was ich gemacht hab... Das ist gut... Ah... Ich weiß nicht ob das bei uns reicht... Letzte Position... Wir machen grad ab... Ja... Perfekt... Zum Drücken haben wir halt auch nicht mehr... Schau was langt... Ich glaub es langt... Ich kann nichts machen... Der Trüben ist ein bisschen verzweifelt... Schau es langt... Es fühlt mir ein bisschen weh... Dass nicht noch... Einer hoch ist... Ne... Ich glaub ihr habt das... Weil ich davon ausgehe... Dass ihr eine 192 habt... Ich kann... Ich hab mich zweimal falsch entschieden... Ich hab eine 191... Ich mach kurz den Schmerz los... Ja... Wir auch... What? Ja... Bei uns... Wir waren lang auf einer 192... Aber am Ende hat sie uns... Äh... Ich hab am Ende... Einen Rashford... 97er Shapeshifter gekriegt... Wo ich mir nicht sicher war... Ob... Ob KNT 98 bessere Wahl wäre... Weil ich hatte einen Ferrati... Und einen Toti Mbappé bekommen... Aber ich glaube das hätte nicht... Ich glaub das hätte nicht gereicht... Wir machen... Ich hab einen Non-Rare... Non-Rare Gold im Team... 75er... Ich würd sagen... Stechen sie wie bei Hellspin... Die besten Karten ins Team... Umstellen... Und dann musst du bei uns einer picken... Und wir müssen bei dir einer picken... Und höchstes Rating gewinnt dann einfach... Ah ok ok... Mhm... Gut... Wir haben umgestellt... Ja... Ich... Welche Formation hast du überhaupt? Äh... 3-4-3... Wir haben 3-4-2-1... Also... L-M-Z-M-Z-M-R-M-R-S-L-S-S-T... Zimau... Okay... Ihr übernimmt Verantwortung hier auf dem Kanal? Ich hätte gerne... Der zählt für mich? Ja... Ja... Den, den ihr pickt... Darfst du noch nicht dein Rating dann sagen? Ja... Ich hätte gerne dein... Rechtes Mittelfeld... Jetzt du bei uns... Mittlerer e.V... Alter... Na... Oh... Oh mein Gott... Digga... Hier sitzt der Messias... Ohne Scheiß... Er ist Gottesgleich... Er ist Gottesgleich... Ich wusste es... Digga... Dieser Mensch... Ist Gottesgleich... Wenn es Bier kann schneiden... Dann musst du reinschneiden... Ne... Simau sagt... Hau Stürmer mit dem mittleren I.V... Ich so... Oh Bruder... Weiß ich nicht... Er sagt... Ein Mann... Ich übernimm Verantwortung... Wer nicht... Zwei Mausen falle für mich... Und er schiebt... Einen 99er Messi... Vom Sturm... In die I.V... Und schiebt... Einen 89er Sterling... In den Sturm... Ich denke... Damit haben wir es... Safe... Safe... Das kann doch nicht wahr sein... Wer war im Tor? Wer war im Tor? Wer war im Tor? 97er Cordoba... Nein! Rechtes Mittelfeld hattet ihr... Ja... Ja... Ein 90er Sancho... Stehen lassen... Alter... Dickes GG... Und ab geht's auf die Kamerallvertragung... Die könnte ich mir jetzt genüsslich... Schön mit der Shisha in der Hand... Zwei Mäuse Apparate... Guter Titel Steini für dich dann... Ja... Seht ihr mich? Ja... Alter... War das Wichtigste... Auch noch da selbst reinzugreifen... Ist ja noch belastender... Ja... Sich das selber hier auch noch vorzubereiten... Ist auch geil... Ach Gott... Finde ich auch gut wie ich die kaum unten halten kann... Wir sehens... Schönte Wahl... Greif ruhig rein Steini... Ich hätte auch gerne die Kuppen vorne sehen... Bei dir... Ah... Ach... Oh... Das ging auf die Knöchel... Das ging auf die Knöchel... Ah... Das tut so weh... Das ging schön auf die Knochen hier... Ich hab vielleicht auch einer geklickt... Die ganze Haut war weiß... Ah... Das Schlimmste fand ich... War immer noch der... Das ist auch heute noch davon... Das ist auch der Nagel sogar weiß... Wo du weggezogen hast... Du Dreckspatz... Das ist aber auch wirklich Kacke eigentlich... Sau Kacke... Frage ich euch wie es ist... Ah... Ja... Ich bin jetzt am überlegen... Nehm ich die Hand nochmal... Oder nehm ich die andere... Und renn hier gleich rum... Wie weiß ich nicht... Boah... Das würde sich machen... Einfach... Warum muss ich denn den IV nehmen... Ah... Weil auf deiner Mausefalle... Muss die Maus auch ganz schön gelängig sein... Bis er oben drauf kommt... Die muss auch einen Hellsprung machen... Wie der Vollgeist... Ja... Sie ist ja mittlerweile schon so ausgeleiert... Du schwankst sie gefühlt doppelt so stark... Wie so ohnehin schon ist... Ist auch cool... Das hier keine Ahnung... Wie viel Grad noch sind... Fühl ich... Guck was... Was... Was die Schnappen vorne... Oh... Schön scharf... So magisch... Ich bin richtig am... Ich finde das Schlimmste... Ist die Überwindung... Da reinzugreifen... Bis man sich überwunden hat... Aaaah... Die hat auch schon zugeschnappt... Aaaah... Die hat auch schon zugeschnappt... Die ging genau auf den Fingernagel... Aaaah... Ich bin zufrieden... Das war wichtig oder? Der war gut gebaut... Aaaah... So ne Scheiße... Mann... So jetzt dürfen wir nichts mal aufnehmen... Weil ich habe keine Fingernagel mehr... Waren gerade noch von Kleidenschaft jetzt... Ja... Hey... Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß... Ich auf jeden Fall nicht... Oh war gut oder? Hat Laune gemacht... Sehr... War super... Super toll... Ja... Ey Daumen nach oben... Räumchen... Ciao... Das nächste Mal dann dreimal... Ja... Bei 15.000 Likes machen wir das ganz normal in 3 Mal... Auf... Pusht euch... Ciao...